Wie gut, dass ich die ganzen Teile hier noch aufgekommen habe, das ist das, was bei dem alten Steuergerät von der hydraulischen Heckenschere dabei war. Freunde, Servus, wir machen jetzt bei der Heckenschere die Hydraulik. Im letzten Video haben wir ja die Steuerung gemacht mit der Fernbedienung. Könnt ihr euch da oben anschauen, das Video verlinke ich euch mal. Jetzt geht es um das Steuergerät. Diese Durchflussbegrenzer, beziehungsweise das letzte Mal habe ich den Begriff nicht gewusst, Drosseln heißen sie natürlich Drosseln. Das war das Originalsteuergerät, das was bei der Heckenschere dabei war, die waren hier drin. Und da kann man dann die Hydraulikschläuche anschließen, natürlich. Also so Adapter, die muss ich noch rausschrauben, die beiden. Wie gesagt, weiß ich nicht einmal, wie ich beginnen soll mit dem Ganzen. Wahrscheinlich erst einmal die ganzen Stöpsel hier raustun. Das ist jetzt zumindest hier mal der Anschluss für den Motor, das weiß ich. Und der Motor, da steht jetzt die Kamera drauf, der Motoranschluss ist das hier. Dann werden wir das hier mal hier anschließen. Das heißt, einfach mal schnell. Ja, ja, bei mir immer alles schnell, gell? Und schon habe ich das erste Problem. Passt nicht. Okay. Dann hat sich das heute schon wieder erledigt, dass ich die jetzt anschließe. Da brauchen wir andere, okay. Dann müssen wir hier mal einen runterschrauben, dass ich die Größe bestimmen kann. Das sind dieselben, das sind dieselben, bloß mit auf einer Seite mit einer anderen Größe. Lassen wir es mal kurz austropfen. Es tropft jetzt hier aus. Muss man halt aufpassen, da ist ein bisschen Druck drauf. Ansonsten habe ich ja meine Zange, da wo ich vorne diesen Stift. Immer wenn die Flieger über uns drüber fliegen, kommt da Unwetter. Also steht schon wieder irgendwas an. Druck dürfte weg sein. Okay. Hablos kurz. L8, L10, L12 sind so die gängigsten Größen. 15,95 sowas. Also M16-Verschraubung. M16 haben wir 10L. Das ist dann M16 mit 1,5. Das ist eine 10L-Verschraubung. Ach du Scheiße, das ist ja auch noch falsch. Ach du Scheiße, die Drosseln, die passen ja gar nicht. Ja, da muss ich mir hier eine kaufen. Weil hier kann man es nämlich rausschrauben. Also da muss ich mir echt eine Liste machen, was ich da alles brauche. Ich habe gemeint, das passt. Aber da habe ich scheinbar nicht drauf geachtet. Na gut, das sind Kleinteile, die kosten jetzt nicht viel. Eins kostet 1,15 Euro. Ich glaube, das werden wir gerade noch haben, das Geld. Da haben wir jetzt gesagt, brauche ich... ...fünf Stück, oder? Schauen wir mal, dass wir das hier zerlegen können. Also ein Drossel kostet viel Geld. Boah, muss ich mal den Hammer nehmen hier. Das ist auf jeden Fall ein M14. Steigerung kann man ganz einfach überprüfen, indem man es übereinander legt. Und dann sollte es sich... ...soll jetzt direkt passen. Ohne irgendeinen Spalt dazwischen oder so. So wie jetzt hier. Dann muss man hier die passenden Dichtungen überall dazu bestellen, weil die sind natürlich auch nicht dabei. Das brauchen wir alles, hoffe ich, dass wir es alles brauchen. Zum Anschließen von der Heckenschere. Also ich hoffe, dass alles passt. Ich hoffe, dass ich alles richtig bestellt habe. Das Bestimmen war jetzt echt nicht einfach. Wie habe ich die bestimmt? Naja, da steht ein Typ drauf, bei dem das Problem ist, dass die in Zollausführung gibt und in metrischer Ausführung. Das kann man anhand von dem Code dann von dem Typencode rauslesen. In meinem Fall war es Gott sei Dank metrisch. Das heißt, hier habe ich... Ja, weil es Zoll auch reinpasst und metrisch passt auch rein. Jetzt habe ich halt Zoll bestellt, wie schon gesagt, und dann passt das L... Weiß ich nicht mehr, M14 oder was das war. Bei denen war es der Anschluss L12. Da habe ich noch die Schläuche bestellt, die stehen noch aus. Hier steht M14 drauf. Da steht zum Beispiel 3 Achtel Zoll. Der 3 Achtel Zoll ist der Anschluss vom Steuergerät für die 8 Anschlüsse, also für die 4 Kanäle. Da steht... Das ist der 1 Halb Zoll auf Schlauch. Halb Zoll auf Schlauch. Ja, klasse. Alles dabei. Ich hoffe jetzt echt, dass ich das Richtige bestellt habe. Also hier tun wir die Dichtungen drüber. Dann können wir es hier schon mal reinschrauben. Falls jemand wissen will, wo ich es bestellt habe. Das ist also keine Werbung oder so. Ich kaufe mir das Zeug selber. Ich habe auch nicht angefragt oder so. Das ist einfach bei Schmidt Hydraulik. Hydraulikmeister24.de Da bestelle ich. Und bin bis jetzt nicht enttäuscht worden. Habe alles gekriegt, was ich gebraucht habe. Da habe ich bis jetzt nicht alles, aber viel bestellt. Nicht alles, ja. Bin gespannt, ob das Ganze dann auch so hinhaut überhaupt. Also wenn ich das jetzt hier umbaue, dann ist das echt keine Garantie, dass das funktioniert. Ich kenne keinen, der sowas schon mal jemals umgebaut hat. Es gibt keine Erfahrungsberichte darüber, ob das dann funktioniert oder ähnliches. Ich habe bloß einfach mal die Idee gehabt und setze die zusammen mit euch jetzt um. Aber ob es funktioniert danach, das sehen wir dann. Also das ist wieder das 3,8. Also das haben wir hier. Was ich beim Testen auch ein bisschen komisch fand, das letzte Mal. Die drei Kanäle schalten laut. Die schalten durch. Bei dem hört man nur ein leichtes Klackern. Also da bewegt sich dran nichts. Ich finde, dass es kann sein, dass der fest ist. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Es kann sein, dass das Steuergerät spinnt, dass irgendwas da drin erst unter Druck sein muss, dass das Öl zirkulieren muss. Das werden wir erst dann sehen. Also ich muss selber erst dann schauen. Ich will jetzt da nicht groß Umtausch, Retoure machen oder so weiter. Wenn es am Schluss nur daran lag, dass vielleicht erst einmal Öl rein muss. Deswegen möchte ich jetzt da kein Aufriss erst einmal machen. Das können wir dann auch immer noch. Ist zwar schade, dass wir dann... Aber es ist zwar schade, wenn man dann alles wieder wegbauen müsste. Aber es ist halt dann so. Dann kann ich es nicht ändern. Ich denke mal, dass das jetzt wurscht ist, auf welcher Seite wir das da rein tun. Weil wir es ja individuell anschließen können. Okay, da machen wir die unten hin. Hier ist es so, dass es... Ja, wobei, passen würde es gar. Hat so Vorteile. Dann kann man es nochmal drehen. Können es auch da unten reinschrauben. So, jetzt habe ich Heckenschere Strom angeschlossen. Jetzt muss ich schauen, wo ich was drauflege. Ein Motor ist jetzt kein Problem. Motor habe ich vor mir. Die anderen Hydraulikzylinder... Muss ich schauen. Mit was fangen wir an? Also up, down. Was könnte jetzt up, down sein? Also up, down würde ich jetzt mal sagen, das machen wir den Arm da oben. Den machen wir als up und down. Das ist bei mir das hier. Also es ist folgendermaßen. Die zwei Anschlüsse vom Hydraulikzylinder. Wenn der belastet wird, drückt den Kolben hier rein. Wird der hier unter Druck belastet, drückt den Kolben hier raus. Hier ist die Stange drin. Hier ist ungefähr der Kolben, sage ich mal. Hier, jetzt halt im eingefahrenen Zustand. Das ist ein Ring. Wenn ich hier Druck drauf gebe, drückt den raus. Und das Öl geht über den zurück. Also ist das jetzt hier zu sagen, der Ausfahren und das da Zurückfahren. Und wenn der ausgefahren ist, kann ich es über den wieder zurückdrücken. Gut. Der hier. Ist da raus. Das ist dann der hier auf der Seite. Das ist dann also der hier. Folgendes ist jetzt noch bei mir das Ganze. Ich lasse die Schläuche so lang, wie sie sind. Also ich kaufe jetzt da keine kürzeren Schläuche. Bloß, dass ich jetzt hier 5,5 Meter oder was einspare. Okay, also das ist der erste, den wir jetzt angeschlossen haben. Also ich lasse die Schläuche so lang, auch wenn sie jetzt hier vorne drüber schauen. Es macht keinen Sinn, wenn ich es jetzt hier mit Winkel versehe für 20 Zentimeter Ersparnis von mir aus. Oder einen halben Meter Ersparnis. Die Schläuche sind teuer. Wenn sie einmal kaputt sind, werde ich es kürzer machen, wenn das Ganze funktioniert. Für mich ist das als erstes Mal ein Test. Funktioniert es überhaupt? Funktioniert es nicht? Funktioniert es am Lowell? Und das Ganze, dann kann ich mir immer noch Gedanken machen, ob ich es wechseln tue oder nicht. Aber für das Erste werde ich es so lassen. Also wenn ich nicht einmal weiß, ob die ganze Geschichte dann überhaupt funktioniert. Das Wetter wird halt nicht besser, irgendwie die ganze Zeit Regen. Also ich bin froh, dass ich mir das damals hier, das Dach hier drüber gebaut habe. Sonst hätte ich jetzt hier keine Möglichkeit, hier das zu bauen bei Regen. Irgendwann werde ich mir auch den Boden einmal befestigen. Aber das ist bei mir alles so hinten dran von den ganzen Sachen. Das ist alles nichts, was eilt oder so. Auch wenn es natürlich vorteilhaft wäre. Jetzt kommt da noch ein starker Wind. Ei, 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 ei. Jetzt wieder los. Also das Wetter. Hilft jetzt nichts. Ich sitze hier im Trockenen wenigstens auch, wenn es ein bisschen kühler ist. Aber gut, ich bräuchte mir bloß was anziehen. East und West mache ich jetzt auf den hier. Auf den zweiten. Das ist dann East und West, das sage ich jetzt mal, ist der hier rüber. East und West ist der hier rüber. Das ist ein Regen, den sie überhaupt nicht angekündigt haben. Ei, ei, ei. Immer schlimmer wird es hier. Und selbst hier hinten werde ich jetzt schon langsam nass da. Also mit den Anschlüssen bin ich soweit fertig. Motor war es jetzt egal, wie man es natürlich anschließt. Vom Traktor habe ich die Originalschläuche von damals natürlich noch aufgekommen. Was jetzt ein bisschen nachteilig ist, weil hier eigentlich ein Winkel hingehört. Normal müsste es klappen. Muss ich mal schauen. Jetzt geht einer hier weg und einer da weg in die Richtung. Ich hätte es gerne mit einem Winkel nach hinten weggelegt. Zum Testen, wie schon gesagt, gelangt mir das jetzt auch. Da brauche ich wieder einen anderen. Aber gefallen tut es mir nicht, wenn es nach links und rechts weggehen. Einmal P auf der Seite, da tun wir die Druckleitung drauf. Und N, beziehungsweise T hier. T ist das T für Tank. Druckloser Rücklauf. Wir können ein doppelwirkendes Steuergerät am Traktor hernehmen. Oder ich stelle das Steuergerät, das kann man beim Lowoll umstellen mit der Schraube oben. Ich habe es schon mal, glaube ich, gezeigt. Können wir es umstellen von doppelwirkend auf einfachwirkend. Bei Umstellen von doppelwirkend auf einfachwirkend ist dann so, dass der obere Anschluss der drucklose Rücklauf ist und der untere der Druckanschluss. Das ist für, wenn du einen Kipper hochheben willst oder so, ist einfachwirkend gut. Oder eben für die Vorteil, wenn wir es jetzt auf einfachwirkend umschalten, wäre, dass mir dann Vorteil wäre, wenn wir es auf einfachwirkend umschalten, dass die Hydraulikleitung nicht so warm wird. Ich glaube, also angegeben ist die Heckenschere allerdings dafür für doppelwirkend auch. Also das macht jetzt bei der nichts aus. Müsste ich mal probieren dann, wie es funktioniert. Wenn wir das umstellen, ob das dann irgendwelche Auswirkungen hat. Wenn es keine Auswirkungen hat, dann lasse ich es doppelwirkend. Und wenn es Auswirkungen hätte, dass es irgendwie zu heiß wird, kann ich es auf einfachwirkend mit drucklosen Rücklauf umstellen bei mir. So, jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen das Wetter, dann könnten wir es testen. So, gestern hat es geregnet. Eins, zwei, drei, hört sie mich ja. Plus. Jetzt habe ich nachgeschaut. Ich muss den Schalter ja innen fixieren. Zeige ich euch gleich. Das heißt, ich muss den Zulauf auf Minus. Das sind geile Anschlüsse. Gut, also das heißt, der Plus ist auf Minus und der Minus ist auf Plus. Warum das Ganze, das zeige ich euch gleich drin. Das Kabel an Stecker habe ich vorhin noch hingemacht. Habe ich jetzt hier angeschlossen, natürlich. Ich teste das Ganze jetzt hinten an der Heckhydraulik. Beziehungsweise, ihr seht es jetzt gleich, ist jetzt nur für einen Test aufgebaut. Das Ganze kommt ja, wie schon gesagt, dann an den Frontlader hin. Und ich habe auch Kommentare gekriegt, das ist gar nichts für einen Frontlader. Und der kann die Seitenbelastung nicht abhaben. Ja, Frontlader ist grundsätzlich nicht für Seitenbelastung gemacht. Andererseits, wenn ich mir das Material von dem Frontlader anschaue, und ich meine, der kann 1100 irgendwas Kilo abhaben. Die Heckenschere hat ein Gewicht von 250 Kilo, sowas. Und das meiste Gewicht fällt auf da unten. Jetzt ist das nur ein kleiner Teil, ein kleiner Bruchteil, der auf die Seite rausragt und so weiter. Und ich brauche auch gar nicht die ganze Höhe vom Frontlader. Also ich muss jetzt nicht einen Frontlader auf 2,50 Meter hochfahren und dann die Heckenschere nochmal auf 3 Meter ausfahren und dann rüber zum Beispiel. Das mache ich ja alles nicht. Ich bin einfach nur froh, wenn ich das vorne am Palettenfrontlader, also jetzt nicht am Janmer, wie jetzt ihr seht, sondern am Lowol halt dann vorne anbauen kann, dass ich es überhaupt dann nutzen kann. Frontkraftheber habe ich keinen. Dann bin ich auch oft gefragt worden, baue ich einen Frontkraftheber vom Masse Ferguson an Lowol hin? Nein, das habe ich nicht vor. Den ganzen Aufwand, den tue ich mir jetzt nicht. Und ich musste dann die ganze Konsole, die ganze Konsole, die Anbaukonsole komplett wegbauen. Die hat keinen Nutzen mehr. Das müsste ich komplett für ein Lowol neu bauen, beziehungsweise fertige Konsolen kaufen. Für einen Frontkraftheber, den ich so gut wie nie nutze, weil ich Frontlader habe. Also für mich macht es keinen Sinn. Und wie schon gesagt, mit der Seitenbelastung, da mache ich mir jetzt am wenigsten Sorgen, einfach weil es hier nicht so schwer ist. Aber immer mit dem Hintergedanken, übertreib es nicht. Und ich denke mal, wenn man es einfach nicht so übertreibt und den Arm natürlich voll, ich weiß gar nicht, wie weit geht er denn raus, voll rausfährt zum Beispiel, dann denke ich mal, ist das auch kein Problem. Angeschlossen ist es. Wo habe ich die Fernbedienung? Die habe ich hier drinnen. Ach ja. Und genau hier habe ich das Problem. Es wird hier blau angezeigt und das ist der rote Anschluss. Und blau plus ist, wenn ich den Hebel in die Richtung tue, da ich den aber jetzt hier fixieren muss. Der hat keine Raststellung. Habe ich mir hier solche kleinen Bändchen gekauft, Klettbändchen. Und mit dem will ich es jetzt fixieren. Ja, der ist vielleicht zu klein. Der ist jetzt einfach hier fixiert mit so einem Klettband. Kann ich jederzeit wieder aufmachen. Einfach nur, dass ich ihn so benutzen kann. Auf Minus ist dann die Druckseite drauf und auf Plus ist die Rücklaufseite. Dann lassen wir meinen Motor an. Der Gang ist draußen. Dann brauchen wir Strom hinten drauf. Das habe ich eben auf den dritten Schalter gelegt. Der zweite ist für vorne. Der erste ist die Kamera. Der dritte ist für hinten. Der vierte ist Reserve. Fernbedienung. Okay. Dann schalten wir mal ein. Schalten wir gleich mal den Motor ein. Geht nicht. Warum geht es nicht? Ab. Geht das? Nee, geht nicht. Geht nicht. Warum geht es nicht? Weil es wahrscheinlich falsch angeschlossen ist. Schalten wir mal wieder aus. Irgendwas passt nicht. Also ich habe jetzt mal Heckenschere eingebaut. Schalten, das erkennt sie ja an dem roten Licht da unten. Nur, dass der Motor läuft. Normal habe ich jetzt gemeint in die Richtung. Jetzt tue ich mal in die andere. Und jetzt läuft es. Also ich muss hier unter tun. Obwohl das jetzt für mich unlogisch ist. Aber eigentlich läuft es dann andersrum. Und in die Richtung geht gar nichts. Geht also nur so. Hier auch die Arme gehen. Auch der hier. Und der letzte Arm geht auch. Das ist der. Ich weiß jetzt nur nicht, obwohl ich es anders angeschlossen habe, warum es jetzt so geht. Oder habe ich es jetzt falsch angeschlossen? So, ich habe es jetzt mal umgedreht. Also jetzt ist Plus auf Plus und Minus auf Minus. Mal schauen, ob es jetzt geht. Okay, also ihr seht es, jetzt geht es. Jetzt habe ich innen den Schalter auf Plus. Äh, auf Minus. Ja, warum auch immer. Vielleicht sind hinten die Anschlüsse vertauscht. Oder hier der Aufkleber. Ich weiß es nicht. Also jetzt geht es. Wunderbar. Hier wackelt es mir nur ein bisschen zu stark. Naja. Der Rest geht auch. Okay, also alles in allem funktioniert es. Also das ist natürlich jetzt schon super. Bloß, dass der Arm ein bisschen zu sehr wackelt. Hier geht es auch. Ein bisschen langsamer müsste ich das Ganze noch drehen. Das kann man jetzt einstellen, hoffe ich. Also man kann die hier drehen. Also was natürlich jetzt nicht leicht geht hier. Und man wenig Platz hat. Aber es geht. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Ja. Viel besser. So muss ich mal die anderen halt auch anpassen. Kann sein, dass ich noch eins dazu kaufen muss. So, schauen wir noch mal. Jawohl. Seht ihr es ihr? So geht es jetzt. So langsam geht es jetzt. Also, da brauche ich noch eins. Jetzt zeige ich es euch beim Hochfahren. Das funktioniert so. Schön langsam. Bloß ruckartig schnell zurück. Also ich brauche dann für ein... Für den Rücklauf auch nur eins. Okay. Das ist mir noch etwas, weil hoch geht es jetzt langsam. Aber zurück nicht. Also wenn ich jetzt Vollgas mache, dann... Das ruckt mir zu stark. Ne, das ist zu schnell. Nochmal ganz kurz eine Erklärung, was das für Teile sind. Also die, was an der Heckenschere verbaut sind, sind dieselben wie hier. Das ist... Ich habe euch die ganze Zeit etwas Falsches gesagt. Das sind keine reinen Drosseln. Es handelt sich hier um ein Drosselrückschlagventil. Hier in dem Schaltsymbol erkennt man das auch gut. So rüber ist die Durchflussrichtung. Und wir haben hier sozusagen zwei Wege. Der obere Weg ist versperrt durch diese kleine Kugel. Und der untere Weg ist über die Drossel. Das heißt, wenn wir jetzt so rüber... Durchfluss haben. Hier oben ist versperrt, dann geht es jetzt über die Drossel. Haben wir jetzt sozusagen einen Rücklauf. Geht es hier rüber. Und... Das sucht sich ja immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, hier ist die Drossel. Und hier ist die Kugel. Und in dem Fall macht die Kugel auf und lässt die Flüssigkeit ungehindert durch. Das heißt, hier haben wir keine Verengung. Und... Hier ist dann nicht... In diese Richtung ist... Also dann nicht gedrosselt. Und in diese Richtung ist gedrosselt. Und so funktioniert das Ganze. Und das ist natürlich jetzt bei der Heckenschere das Problem, wenn wir bloß eins verbaut haben. Es gibt reine Drosseln. Die funktionieren in beide Richtungen gedrosselt. Ich habe jetzt drei weitere dazu gekauft. Warum das bei der Heckenschere verbaut ist, weiß ich nicht. Das ist ja jetzt bloß das nachgekaufte. Im Prinzip ist es jetzt bei den... Wenn ich zwei einbaue, habe ich den Vorteil, dass ich halt den Vorlauf extra einstellen kann und den Rücklauf. Und ich denke einmal, das wird auch der Sinn dahinter gewesen sein. Aber warum jetzt da genau drei eingebaut worden sind und nicht sechs Stück, das weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt noch drei weitere dazu gekauft und kann das dementsprechend mit der... Über die Strecke da unten komplett verstellen. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen erklären. Und wie schon gesagt, das ist hier ein Drossel-Rückschlagventil und keine reine Drossel. Was soll es gibt in der Hydraulik? Die Dinger baue ich jetzt noch ein. Ich habe jetzt noch drei Stück gekauft. Ist nicht billig eins. Ich glaube eins... 30 Euro um die 30 Euro eins. Mit den passenden Anschlüssen noch dazu. Ja, das wollte ich euch jetzt nochmal kurz schnell sagen. Ich wollte ja hier nichts... Ich wollte jetzt hier im Video nichts Falsches sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, das kläre ich nochmal kurz auf. Deswegen war es in eine Richtung schnell und in die andere Richtung langsam. Hängt also nichts mit Gewicht und Schwerkraft und sonstiges zusammen. Sondern einfach, weil es ein Drossel-Rückschlagventil ist. Naja, gut. So viel dazu. Die baue ich jetzt wie schon gesagt noch ein. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das hoffentlich eingebaut ist, wenn es funktioniert. Und euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.